Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du bei Spotify die Shuffle-Funktionen ein- und ausschalten kannst. Ich werde erstmal eine meiner Playlists öffnen, über die Bibliothek. Und jetzt, wo ich hier die Playlist offen habe, sehen wir direkt hier neben diesem grünen Play-Symbol diese zwei kleinen Pfeile. Und hier könnt ihr jetzt erstmal insgesamt einschalten, ob ihr diese Playlist shufflen möchtet oder nicht. Wenn ich jetzt Shuffle an habe und ich mache einen Song an, dann habe ich hier links unten auch nochmal dieses Symbol. Das heißt, ich kann jetzt in der Playlist auch direkt Shufflen ein- und ausschalten, so dass ich hier entweder zufällige Songs habe oder einfach den nächsten Song in meiner Playlist. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann abonniere doch diesen Kanal, aktiviere die Glocke, gib uns einen Daumen nach oben auf dieses Video und schreibe einen Kommentar.